Die CIA wird ihre verdeckten Einsätze in Afghanistan ausweiten. Spezielle Einheiten sollen zukünftig an der Seite des afghanischen Militärs im ganzen Land radikale Taliban jagen und töten. Das berichtet die New York Times. Bisher hatte die CIA in Afghanistan vor allem die terroristische Gruppierung Al-Qaida bekämpft und den afghanischen Geheimdienst unterstützt. Die paramilitärischen Terrorismusbekämpfungsteams sollen weltweit einsetzbar sein. Sie werden von Offizieren der Abteilung für Spezialaktivitäten geleitet. In Afghanistan verstärkt die CIA die Aktivitäten der Militäreinheiten. Damit bleiben immer mehr Kämpfe der Öffentlichkeit verborgen. US-Präsident Donald Trump hatte im Sommer seine neue Afghanistan-Strategie vorgestellt und angekündigt, die Beschränkungen zur Jagd auf Terroristen herabzusetzen. Seitdem die USA wieder mehr Luftangriffe in Afghanistan fliegen, haben sich auch die Offensiven auf afghanische Sicherheitskräfte und Polizeieinheiten deutlich erhöht. Im ersten Halbjahr 2017 stieg die Zahl der durch Luftangriffe getöteten und verletzten Zivilisten im Vergleich zum Vorjahr um 43 Prozent. Herr Präsident, meine Damen und Herren!